Herzlich Willkommen in der Hitzehölle Köln. Nachdem es gestern ja 35 Grad waren, heute 38, erwarten uns morgen knackige 40 Grad und deswegen habe ich heute abgesehen von vielleicht 10 Minuten den ganzen Tag hier unten im, ja mehr oder weniger hier im Keller verbracht, also das ist unser Büro und Wohnzimmer und dank der Lage hier im Keller, ja kühl würde ich nicht sagen, aber im Vergleich zu draußen ist es richtig angenehm und deswegen habe ich auch draußen nichts filmen können. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, die kommen nachher, aber es gibt Themen, über die es sich zu sprechen lohnt und die wirklich sehr, sehr interessant sind und da folgt zunächst ein kleiner Einschub, sage ich mal, zu meinem gestrigen Video, in dem es um die Portkeys ging, beziehungsweise um die Veränderung der Belohnungen in den Portkeys und anscheinend war der Aufschrei in der Community sehr groß, was ich nicht so ganz verstehen kann, sodass Wizards Unite heute bekannt gab, dass es da doch nochmal einen kleinen Fix sozusagen gibt. Und zwar bleiben die Belohnungen in den 2 und 5 Kilometer Portkeys gleich, also diese werden sich nicht verändern, die 2er werden nicht geschwächt, die 5er nicht verbessert, dafür aber die 7er und die 10er. Da wird es einen Anstieg an Belohnungen geben und diese werden in Zukunft irgendwo reizvoller und interessanter sein. Okay, wenn die Community das so kommuniziert hat, dann ist das denke ich in Ordnung, aber trotzdem, ja sagen wir, ich kann es nicht zu 100% nachvollziehen. Dann gibt es im offiziellen Wizards Unite Blog, also auf der offiziellen Website, einen Nachtrag zur San Diego Comic Con, zum Panel, das dort gehalten wurde und zum ersten Community Day. Dort heißt es Celebrating Harry Potter Wizards Unite at San Diego Comic Con and the first Community Day around the world. Und mal grob übersetzt wird da gesagt, beim Harry Potter Wizards Unite Panel auf der San Diego Comic Con führten Moderatorin Felicia Day und eine Gruppe von Niantic und WB Games Entwicklern eine Diskussion darüber, wie die AR-Spielerfahrung in Wizards Unite geschaffen wurde. Während des Panels wurde bekannt gegeben, dass Spieler in Kürze die Möglichkeit haben werden, ihre Gehstrecken aufzuzeichnen, auch wenn das Spiel nicht aktiv im Vordergrund läuft. Also hier Stichpunkt Adventure Sync. Darüber hinaus erhielten tausende der anwesenden Fans eine Vorschau auf einige brandneue Inhalte, die in Harry Potter Wizards Unite zu sehen sein werden. Und zwar die Drachen. Und ihr wisst, da geht es um das Fan-Festival in Indianapolis vom 31. August bis zum 1. September geht das um diese regionalen Exclusives, die dort zu finden sein werden und danach dann auf der ganzen Welt verteilt werden, sage ich einfach mal. Und in dem Text werden zwei Drachenarten ganz gezielt benannt. Und zwar einmal der gemeine walisische Grünling. Und das Harry Potter Wiki sagt zu diesem, der walisische Grünling ist grasgrün, relativ friedfertig und ernährt sich ausschließlich von Schafen. Er meidet den Kontakt zu Menschen und greift sie nur an, wenn sie ihn dazu provozieren. Der gemeine walisische Grünling ist eine in Wales beheimatete Drachenart. Wie Newt Scamander beschreibt, lebt sie heutzutage in einem Reservat, das jenseits der grünen Weiden in den walisischen Bergen eingerichtet worden ist. Und wenn man hier hört, Wales, wo befindet sich Wales natürlich in Europa und dort werden wir eine regionale Drachenart bekommen, ist es doch sehr wahrscheinlich, dass dies der gemeine walisische Grünling wird, den wir dann auch hier in Deutschland finden werden. Und das Tier Nummer zwei, das namentlich benannt wird, ist der antipodische Opalauge. Und das Harry Potter Wiki sagt zu diesem, das Opalauge ist einer der schönsten Drachen. Seinen Namen hat dieser Drache von den pupillenlosen Augen, die in allen Regenbogenfarben schillern und seine Schuppen glänzen, als seien sie aus Perlmutt. Der Drache kann eine schalerrote, stark leuchtende Flamme ausstoßen. Seine Eier sind blassgrau und Seelenfossilien zum Verwechseln ähnlich. Das antipodische Opalauge ist eine der Drachenarten, die Nudes Gemänder im Buch »Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind« beschreibt. Ursprünglich aus Neuseeland stammend, ist es für diese zwei bis drei Tonnen schwere Rasse durchaus üblich, nach Australien auszuwandern. Wenn ihr Lebensraum dort knapp wird, obwohl diese Drachenart ungewöhnlicherweise bevorzugt in den weniger abgeschiedenen Tälern lebt, gilt sie als unproblematisch. Und was haben wir da gehört? Neuseeland und Australien. Eine Region, die ich schon in Pokémon Go ein eigenes regionales Exclusive hatte. Und dieses wird dann wahrscheinlich hier Inuizationite der antipodische Opalauge werden. Also recht interessant, dass man hier auch die ersten Drachenarten genannt bekommt. Und dann schwenken sie noch einmal um in den Blogbeitrag und berichten vom Community Day. Am Samstag, den 20. Juli, nahmen Hexen und Zauberer weltweit am allerersten Harry Potter Wizards Unite Community Day teil. Drei Stunden lang spielten Spieler in Tokio, Seoul, London, Hamburg, San Francisco, New York und weiteren Städten, gingen in örtliche Parks, um brillante Foundables zurückzubringen und einzigartige Belohnungen im Spiel freizuschalten. An nur einem Nachmittag gaben Spieler weltweit mehr als 12 Millionen Foundables zurück und legten über 2700 Kilometer zurück. Hört sich viel an, 12 Millionen Foundables. Ich habe versucht, irgendwie einen Vergleich zu Pokémon Go zu finden, habe da aber leider keine Zahlen zu finden können. Wenn ihr da irgendwas habt, irgendeine Statistik, irgendwas Handfestes, dann postet mir den Link bitte in die Kommentare, denn das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Zum Schluss heißt es dann, bleibt dran, um weitere Informationen zu unseren nächsten Community Days in diesem Sommer zu erhalten. Das bedeutet, diesen Sommer geht es auf jeden Fall weiter. Mal schauen, ob sie es wirklich so umsetzen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das euch alle vermutlich am meisten interessiert. Wie erhält man im Moment am schnellsten Erfahrungspunkte in Wizards Unite? Und dazu habe ich schon zwei Videos gemacht. In dem einen ging es darum, wie man mit Anti-Obskuranten Erfahrungspunkte sammelt. Und dann, wie dies mit Festungen funktioniert. Festungen auf Ruinenstufe 1 mit einem Runenstein 1. Und ihr hattet gesehen, das geht rasant schnell. Man bekommt da eine Menge Erfahrungspunkte. Doch leider wurde dies gefixt, sage ich mal. Es gab eine Änderung an den Festungen. Und es ist jetzt so, dass die Stufen 1 bis 8 viel weniger Erfahrungspunkte bringen. Und dafür die Stufen 9 und darüber umso mehr. Und somit funktioniert unser kleiner Trick nicht mehr. Und ja, man muss sich jetzt eben neue Sachen überlegen. Und diese neuen Sachen hat sich der YouTuber Wizards News überlegt. Ich verlinke ihn gerne hier oben unten in der Videobeschreibung. Die Daten, auf denen jetzt mein weiteres Video beruht, die sind von ihm. Deswegen vielen lieben Dank an dich für diese Recherche. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ein toller Kanal, ein englischsprachiger YouTuber, der genial über Wizards Unite berichtet. Und ja, schaut einfach mal bei ihm vorbei. Und er wollte eben herausfinden, was ist aktuell der beste Weg, um schnell Erfahrungspunkte zu sammeln. Und dafür hat er sich fünf Tests überlegt, die er jeweils eine Stunde gespielt hat. Hat alle Daten gesammelt und diese uns dann eben bereitgestellt. Und zwar war Test Nummer 1, ich habe ihn jetzt mal Walk and Grind genannt. Er ist also einfach herumgelaufen in Gebieten, wo er weiß, dass es dort eine Hoesbornrate gibt. In Kaufhäusern, auf Parkplätzen, so hat er berichtet. Und ist dort eben einfach eine Stunde unterwegs gewesen und hat alles an Faunables zurückgebracht, was möglich war. Sein zweiter Test war ein Platz zwischen drei Gasthäusern. Die hat er mit Anti-Obskuranten befeuert, eine Stunde lang. Und hat dann eben geschaut, was bekomme ich da an Erfahrungspunkten raus. Test Nummer 3 war die Ruinenkammer 1. Dort hat er eben nach dem alten Verfahren versucht, so viele Erfahrungspunkte in einer Stunde zu machen, wie nur möglich. Dann war er in Test Nummer 4, in der Ruinenkammer 4. Also ein Ding irgendwo in der Mitte und hat mal geschaut, wie viele Erfahrungspunkte bringt das denn in einer Stunde. Und Test Nummer 5 war die Turmkammer 3. Die Kammer, wo er nach seiner Meinung nach am, ja sagen wir noch, am besten durchkommt. Also anspruchsvoll, aber nicht zu anspruchsvoll, so dass er es auf jeden Fall schafft. Vielleicht zur Info, er spielt einen Level 31 Professor. Und ich habe schon Videos gesehen, wo er auf jeden Fall viel, viel schneller Sachen platt macht, als ich beispielsweise mit meinem Magie-Zoologen. Das bedeutet, bei mir würde es wahrscheinlich nicht ganz so passen wie bei ihm. Aber für so einen Test, denke ich, ist das trotzdem ein repräsentatives Ergebnis. Und wir wollen natürlich jetzt in seine Zahlen schauen. Und ich erkläre erstmal Schritt für Schritt, was ihr da gleich auf dieser Tabelle sehen werdet. Links seht ihr erstmal alle Items aufgelistet, die er für seine Tests gebraucht hat. Da haben wir Runensteine, Anti-Obskuranten, Energie, Ex-Timulo-Tränke, Bobufios-Gehirnelexier, Trödeltränke und Heiltränke. Darunter seht ihr dann, wie viel Münzen hat das insgesamt gekostet, wenn man diese ganzen Items eben kauft im In-Game-Shop. Dann, wie viel Münzen würde das Ganze kosten abzüglich der Energie, weil die muss man ja nicht unbedingt kaufen, die kann man sich ja auch zusammensammeln. Dann sieht man, wie viel Erfahrungspunkte hat er bekommen. Wie teuer ist es, einen Erfahrungspunkt zu grinden? Also, was sind die Münzen pro Erfahrungspunkte? Wie viel Bücher hat er bekommen? Und was kostet dann umgerechnet ein Buch? Wie viel Schriftrollen hat er bekommen? Was kostet umgerechnet eine Schriftrolle? Wie viel Ruinensteine hat er bekommen? Und was kostet da dann eben umgerechnet ein Ruinenstein? Und wir fangen an mit Walk & Grind. Da hat er natürlich keine Runensteine, keine Anti-Obskuranten gebraucht. Er hat 158 Energie verballert und hier auch noch ein paar Tränke benutzt. Also, Borufius Gehirn-Elixier hat er in jedem Test verwendet. Er hat noch ein paar Ex-Timulo-Tränke benutzt, weil er sagte, da waren Foundables dabei. Die waren sehr interessant, die wollte er haben. Das bräuchte man nicht unbedingt, genau wie die Trödeltränke. Und Heiltränke hat er nicht gebraucht. Das hat insgesamt dann 646 Münzen gekostet, abzüglich der Energie 330 Münzen. Und er hat da insgesamt 13.140 Erfahrungspunkte gemacht in einer Stunde. Also, ein Wert, der wirklich sehr ordentlich ist. Auf die anderen Punkte gehe ich jetzt nur mal kurz ein. Also, das macht er ungefähr 0,05 Münzen pro Erfahrungspunkt. Bücher hat er nicht bekommen. Acht Schriftrollen und drei Ruinensteine. Die Schriftrollen kosten dann 80,75 Münzen pro Schriftrolle. Und die Ruinensteine 215,33 Münzen pro Ruinenstein. Also, das nur statistisch gesehen. Aber ich denke, die Zahlen sind auch sehr interessant für den einen oder anderen. Kommen wir zu den Gasthäusern mit den drei Anti-Obskuranten drin. Beziehungsweise, er hat sogar 3x3 verwendet. Und so kommen eben insgesamt 18 Anti-Obskuranten zusammen, die natürlich eine ganze Menge kosten. Ruinensteine hat er nicht benutzt. 166 Energie hat das gekostet. Er hat wieder Ex-Timulo-Tränke. Natürlich Berufius Gehirn-Elixier. Und die Trödeltränke benutzt. Keine Heiltränke. Sodass das Ganze 3.079 Münzen gekostet hat. Also, viel zu viel. Viel zu viel, wenn man die Anti-Obskuranten kaufen muss. Und ja, ihr könntet natürlich jetzt sagen, ja, man bekommt die ja auch im Spiel. Aber es geht hier um eine Methode, mit der man immer langfristig gesehen Erfahrungspunkte fahren kann. Und dafür muss man diese dann natürlich nachkaufen. Abzüglich der Energie sind es immer noch 2.747 Münzen. Also eine ganze Menge. Er hat aber 15.760 Erfahrungspunkte gesammelt. Also rund 2.500 mehr als beim Walk & Grind. Eine ordentliche Summe. Aber das Ganze kostet auch 0,2 Münzen pro Erfahrungspunkt. Also, uh, echt teuer. Bücher gab es nicht. 10 Schriftrollen hat er bekommen. Und ja, die restlichen Infos seht ihr da. 307,9 Münzen pro Rolle. Also echt viel. Ruhnsteine gab es 3 Stück. Und die kosten dann hier in dem Fall 1026,33 Münzen pro Ruhnstein. Also, ja, alles sehr, sehr teuer. Dann war er in der Ruinenkammer 1. Hat dort 60 Ruhnsteine verballert. Hat also einen Ruinstein pro Minute. Ein wirklich ordentliches Tempo. Hat da 140 Energie verbraucht. Hat eben die zwei Bewuffios Gehirn-Elixiere verwendet. Und insgesamt hat das Ganze 680 Münzen gekostet. Abzüglich der Energie 400 Münzen. Aber das Ganze hat nur 7.296 Erfahrungspunkte gebracht. Also echt wenig. Da gab es früher das Doppelte, das Dreifache. Also, ja, ob sich das lohnt. Es sind da 0,09 Münzen pro Erfahrungspunkt. Es gab 4 Bücher. Es gab 8 Rollen. Und es gab zusätzlich nochmal 60 Ruhnensteine. Aber schon allein wegen der Erfahrungspunkte lohnt sich das Ganze echt nicht. Dann war er in der Ruinenkammer 4. Dort hat er 49 Ruhnensteine verbraucht. 180 Energie. Dann hat er noch Tränke genommen. Zweimal Ex-Timolo. Und noch einmal einen Heiltrank. Das macht insgesamt Kosten von 841 Münzen. Abzüglich der Energie 481. Und er hat dort nur 6.108 Erfahrungspunkte verdient. Also nochmal weniger als in der Ruinenkammer 1. Das macht 0,14 Münzen pro Erfahrungspunkt. Also wieder sehr, sehr teuer. Er hat 2 Bücher bekommen. 6 Schriftrollen und 49 Ruhnensteine. Und wenn ihr hier seht, 2 Bücher weniger als in Kammer 1. 2 Schriftrollen weniger. Und noch Ruhnensteine weniger. Also das lohnt sich mal wirklich gar nicht. Und zum Schluss die Turmkammer 3. Dort hat er 17 Runden geschafft. 17 Ruhnensteine verbraucht. 291 Energie. Und jetzt kommt es. 33 mal Ex-Timolo. Und 21 Heiltränke. Also mega viel. Und das Ganze hat dadurch natürlich 2.985 Münzen gekostet. Abzüglich der Energie 2.403. Also auch viel, viel zu teuer. Viel zu teuer, um das langfristig zu machen. Es gab immerhin 9.872 Erfahrungspunkte. Aber für das Geld lohnt sich das überhaupt nicht. Und das sieht man hier auch. 0,3 Münzen pro Erfahrungspunkt. Lächerlich teuer. Nur 2 Bücher. Also 2 weniger als in Ruinenkammer 1. 4 Schriftrollen. Also 4 weniger als in Ruinenkammer 1. Ihr seht, es lohnt sich vorne und hinten nicht. Was ich vergessen habe zu sagen, er hat in jedem Fall immer einen Runenstein 1 verwendet. Das ist noch wichtig zu wissen. Also ja, insgesamt tolle Zahlen. Man kann damit einiges auswerten. Und ihr seht auf den ersten Blick, es lohnen am meisten die Anti-Obskuranten mit 3 Gasthäusern. Wenn man mehr hat, natürlich mehr, wenn man bereit ist, das Geld zu investieren. Und wenn man das Geld nicht ausgeben möchte, dann ist der sogenannte Walk & Grind die beste Methode. Also einfach unterwegs sein, zocken, am besten da, wo viel los ist. Und ja, die Frage kommt auch immer mal wieder, wo ist denn viel los? Genau, es ist viel los da, wo auch viele Leute unterwegs sind. Denn der Algorithmus von Niantic funktioniert so, dass es hohe Spawnraten gibt, wenn an diesem Ort viele GPS-Signale zusammenkommen. Euch ist das wahrscheinlich schon aufgefallen. An Tankstellen, an Autobahnraststätten, an Supermärkten. An diesen Punkten, wenn man das Spiel öffnet, gibt es auf einmal so einen riesigen Cluster-Spawn. Also ganz viele Foundables tauchen auf einmal auf und das liegt an diesen GPS-Signalen. Dort sind viele Leute unterwegs, viele Smartphones und das merkt Niantic. Und dann sagen sie, okay, das ist ein Punkt, da ist viel los. Da muss es dann eben auch viel im Spiel geben und so kommen dann eben diese Cluster-Spawns zustande. Also sucht euch solche Orte. Ich gehe immer gerne hier bei uns in Köln in die Altstadt am Rhein lang. Da gibt es zum einen viele Points of Interest und eben viele Leute und da ist dann echt die Hölle los. Also leider sind es da häufig die Großstädte. Und ja, sehr interessant hier. Vielen Dank nochmal für die Auswertung. Vielen Dank für die Zahlen. Toll, dass er das hier gemacht hat. Schaut, wie gesagt, gerne bei ihm vorbei. Überall ist er verlinkt. Vielen Dank dafür. Und euch sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, meine kleine Auswertung hat euch gefallen. Und wenn ihr dazu noch irgendwelche Anmerkungen habt, vielleicht auch andere Ideen, wie man noch gut Erfahrungspunkte sammeln kann, dann schreibt das bitte unten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei 40 Grad. Ich muss mir noch überlegen, was ich da morgen mache. Morgen früh bin ich erstmal mit Lea in der Kita. Sie hat die Kita gewechselt. Morgen ist Eingewöhnung und ich sitze dann da bei 40 Grad vormittags. Schön zwischen den Kindern in der Kita. Ja, mal gucken, was ich danach noch gefilmt bekomme. Und mal gucken, worüber wir morgen sprechen können. Vielleicht finde ich ja noch ein Thema, wo ich nicht allzu viel raus muss. Und hier im kühlen Keller bleiben kann. Also bleibt ihr auch an kühlen Orten. Und wie gesagt, trinkt genug, wenn ihr rausgeht und zockt. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich hoffe, wie immer in alter Frische. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Tschö und gerne bis zum nächsten Mal. Tschö und gerne bis zum nächsten Mal.